Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Putin und Macron wollen in der Ukraine-Krise diplomatische Anstrengungen verstärken. In einem Telefonat zeigten sich die Präsidenten Russlands und Frankreichs laut Elysee-Palast besorgt über die Lage in der Ostukraine. Beide vereinbarten sofortige Schritte zur Erreichung einer Waffenruhe in der Region. Erste Gespräche könnten bereits morgen stattfinden. Angespannte Lage im Osten der Ukraine. Das ukrainische Militär und prorussische Separatisten werfen sich gegenseitig Angriffe vor. Beide behaupten, dabei seien auf ihrer Seite der Kontaktlinie Menschen zu Tode gekommen. Die jeweiligen Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Vorwürfe gegen zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse. Demnach konnten Kriminelle bei dem Geldinstitut Konten eröffnen und auch behalten. Unter ihnen korrupte Autokraten, mutmaßliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler. Das belegen Daten, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Die Bank weist die Vorwürfe zurück. Olympische Winterspiele in Peking enden mit farbenfroher Abschlussfeier. Im Vogelneststadion sprach IOC-Präsident Bach von wahrhaft außergewöhnlichen Spielen, geprägt von strengen Corona-Beschränkungen. Die Gastgeber selbst nannten die Spiele schon vor dem Schlussakt ein erfolgreiches Musterbeispiel. Zweiter Platz im Medaillenspiegel. Die Deutschen verabschieden sich mit insgesamt 27 Medaillen aus Peking. Nur Norwegen holte mehr. Bob-Pilot Francesco Friedrich hatte zuletzt noch Gold im Vierer gewonnen. Vor Johannes Lochner. Silber gab es auch für Emma Eicher, Lena Dürr, Julian Raufuß, Linus Strasser und Alexander Schmidt im Skialpin-Teamwettbewerb. Das Wetter. In der Nacht gebietsweise Gefahr von Orkanböen. Tagsüber zeitweise Regen im Bergland Schnee. Daneben freundliche Abschnitte. Noch teilweise schwere Sturmböen. Zwei bis zehn Grad. Alles imetzt. çogascht. schöspat. Auswirkung. realize. nad. quyst. Hochsch Kirchen.